Wir sind auf 16.07.2022. Jetzt ist dort oben die Bachstelze abgelegen. Das sehe ich zum ersten Mal. Wir sind weit dort auf dem Dach oben. Aber sie schaut trotzdem hin und her die ganze Zeit. Jetzt hat sie heute Morgen keinen Lärm gehabt und dann ist die Bachstelze wieder da. Gestern, um 7.00 Uhr bis genau um 10.00 Uhr, wird sie die ganze Zeit Lärm gegeben. Und dann haben wir sie nicht gesehen. Oder nur einmal kurz. Und jetzt sehen wir sie schon am Morgen fliegen. Und dann kommen wir sie noch mal kurz nach. Und dann kommen wir sie jetzt mit einem HALF-OV. Denn sie können auch mit einem HALF-OV. Und dann kommen wir zu dem Hyglocken. Nach der Kannst du denn, am ersten Mal. Und dann kommen wir. Und dann kommen wir zu, wo sie im HALF-OV. Dann kommen wir an. Und dann kommen wir in dieiner Spalte und zu fangen. Der Phönix war heute Morgen hier bei mir, aber jetzt für die Backstelze. Die Qualität ist nicht so nah, aber trotzdem. Sie sind keine 10 Meter entfernt. Der Spatz ist weggeflogen und einer geht dazu, wenn sie sich abgetauscht hat. Hier ist nur der zweite. Jetzt ist noch ein Spatz bei mir. Ich schaue, ob er hochkommt. Ich will sie nicht, wie die Fosse aufnehmen. Hier ist er rübergeflogen. Hier ist er. Jetzt habe ich ein Bild. Spatz. Die Backstelze. Der Phönix kommt vielleicht auch nach vorne. Hier ist der Phönix. Der Phönix ist gerade mit dem Spatz. Hier ist der Phönix. Hier oben ist die Backstelze. Irgendwo nicht allzu weit weg gehört man noch die Grille. Also die Heuschrecken. Vielleicht ist es noch die gleiche Verletzung. Die Wachträgliche. Das ist der Fall. Die Heuschrecken. sturdy Moment sicher zum Auskennen. Jetzt sind wir jetzt einfach zu belegen. Für die Heuschrecken, der wir neue Heuschrecken haben ist. Die Heuschrecken hier. kommt ganz gut. Das ist der Fall. Ich weiß nicht, wie die Heuschrecken. Das ist ein paar Flöge hier. Ich kann mir nicht weg den Fliegen da hin. Ich habe hier noch keine speziellen Insekten. Hier hat es auch kein Futter. Ich finde das Phönix ist wie übrig gewesen. Ich habe mir das richtig gezeigt, wenn ich es gesehen habe. Ich habe es gesehen. Das war sonne llevЯich. Ich bin ground wird auch keine Tiere kommen. Ich werde schon da Dependent zusammenge servieren. Ich komme duties auf den Futter. Ichéneselt will, die ich auch schon consciente dazu kennen, da muss ich mal. Ich bin viele Rutsalte, die sind in der Seditate haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ich habe hier einen Bildschirmstärke auf die Helligkeit ein wenig abgeschraubt. Das ist 834. Da bin ich noch aktuell. Und übrigens, das ist mit Ton. Und ich höre das auch gut. Aber du kriegst dich weg, der mich bereinigt. Verschuldigung. Was ist das, was ich vorhin beim Fernstück gesagt habe? Was ist jetzt gerade so? Das ist fast, was ich jetzt gesagt habe. Guten Morgen. Mir gehört es gut. Und übrigens, das ist mit Ton.